Hallo, hier ist Florian zum Sporthund. Ich zeige euch heute den neuen Chuck-It Hydro-Squeeze-Ball. Unser Tester ist Aura, der Firmen Border Terrier, und sie ist leicht hypnotisiert von diesem kleinen Ball. Der Hydro-Squeeze besteht aus einem Kunststoffmaterial, das sehr resistent ist, und da drin ist ein Neopren-Ball, der sich auch mit Wasser vollsaugt. Und als drauf drückt, sieht man, der ist dann also schon gut gefüllt. Er schwimmt und Aura findet es extrem cool. Jawoll! Bring! Und Test Nummer zwei, sieht's denn? Gar nicht so einfach. Und sie hat den neuen Chuck-It Hydro-Squeeze bei Sporthund.